Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, ich hole erstmal meine Nachtigekette ab, ich habe es nämlich für den 6.7. abgegeben und der erste Boni war jetzt eher nicht so erfolgreich, ich glaube das war mal ein Geschenken gerisswert, wenn ich mich nicht irre. Der zweite Trial war auch erfolgreich und mal gucken was jetzt drauf kommt. 450 tp, damit bin ich an sich eigentlich recht zufrieden, klar AW wäre geiler, aber mit tp bin ich auch zufrieden und jetzt hier ein 8er Trial meine Nachtigekette, mal gucken ob es klappt. Wäre auf jeden Fall echt geil, weil dann würde ich mehr auf den anderen Karten brechen und dann könnt ihr euch vielleicht auch ein bisschen Yohara Content zeigen. Ach der Trial, fehlgeschlagen, schmeckt auf jeden Fall gar nicht. Hier jetzt der nächste, habe ich wieder deswegen erstmal auf 7 gehabt und jetzt halt der 8er Trial, mal gucken. Mal gucken was daraus wird. Wieder fehlgeschlagen, passiert, passiert. Der dritte Trial, mal gucken ob es der magische Trial sein wird. Und wieder fehlgeschlagen, ja moin. Jetzt aber das Armband. Ich hoffe ich hat der Part gefallen, man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Euer Snow White. Ciao.